Danke für die Hilfe, General. Die Breen haben gedacht, dass die Wissenschaftler der Sternworte ein leichtes Opfer wären. Wie Sie selbst sehen können, haben Sie sich dabei gründlich geirrt. In der Tat. Haben Sie hier unten irgendwelche Vorgonen gesehen? Interessant, dass Sie das erwähnen. Das haben wir. Eines meiner Teams hat mit den lokalen Sensoren zwei Vorgonen Schleimsteichen der Volt erfasst. Das war kurz bevor die Breen gekommen sind. Ich habe einen Sicherheitsdienst aktiviert, doch das hätte ich mir in der Situation auch sparen können. Der Haupteingangspunkt ist dort drüben. Gehen Sie voran. Verdammt! Dieses Ding ist ein total Verlust. Ich kann einen sekundären Zugang für Sie erinnern, doch seien Sie gewarnt. Die Breen sind dorthin vorgedrungen, bereiten sich also auf einen Kampf vor. Danke für die Warnung. Wir werden uns darum kümmern. Ich glaube, ich habe unsere Stimme schon wieder anders gemacht, dann zur Folge im Ahringangspunkt. Zu viele Stimmen, zu viel nachdenken, muss man ehrlich sagen. Unser Das war's für heute. Welche eines Großangriffs der USS Cairo und der USS Enterprise treffen einen? Die Kampflinie der Berlin scheinen zusammenzubrechen, aber es finden noch viele Bodenkämpfer an mehreren Orten statt. Nein. Okay. 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 Und wir waren so nah dran. Also, nein, nein! Gesandter, gegen Sie sich zu erkennen! Wir haben wohl Probleme? Ihr wisst nun, was zu unseren Feinden fähig sind, Boratus. Schließen Sie sich mir an und Sie werden Ihre Rache bekommen. Na schön, ich werde Ihr Erfüllung und Vertrauen gesandt haben. Für die Rache! Rache in der Tat! Na ja, das muss ich glaube ich nicht extra machen. Daniels? Wir müssen uns auf die Sonne nach dem Tat und Tat konzentrieren. Inakzeptabel. Sie wurden verletzt. Auf irgendeine Weise. Ich will wissen, was geschehen ist. Ich befürchte, die Information ist geheim. General, und im Moment ist auch... Unwesentlich für sie ist das auch unwesentlich. Es tut mir leid, doch es gibt derzeit nicht wichtigere Dinge als das hier, um die wir uns kümmern müssen. Dann halt so, wie sie es wollen, Daniels. Für den Moment. Was ist da, war der? Bezeichnung Embryonalgewebe eines Augments Gegenstand 051104 Forschungsleiter Dr. Theos Huxley-Bain Entdeckung geheim Code Station 12 2154 Proben des Embryonalgewebes vom menschlichen Augments, die auf Code Station 12 genommen werden und werden derzeit auf Anordnung von Sektion 31 hin in die Stasis aufgewandt Bezeichnung Es ist grün Gegenstand 181194 Forschungsleiter nicht zugewiesen Entdeckung Peter Sinkins Veridian 3 2371 Ein unglaublich wirkungsstarkes alkoholisches Getränk von unbekannter Herkunft Es kann nur anhand seiner hellen glasgrünen Färbung identifiziert werden Es wird oftmals mit Aldebaran Whisky verwechselt Berichten zum Beispiel ist diese Alien-Spiritose stark genug, um sogar einen Kelvaner in einen Rauschschutzzeug zu versetzen Wurde in Trümmern der USS Enterprise D geboren Bezeichnung Toxbutat Gegenstand 020290 Forschungsleiter Dr. Masayuki Takahata Entdeckung Jean-Luc Picard Rieser 2366 Ein Kantenphasen-Evitor, der im 27. Jahrhundert von Canel Dano entwickelt wurde Nachdem Jean-Luc Picardas Artefakt entdeckt hatte, machte er sich eine List zunutze und möchte gern Schatzjäger zu täuschen Siehe Transporter-Code 14 bzw. Manöver-Code 14 Als Folge davon galt der Tox-U-Dat, Galaxie-Bite, als zerstört General, die Breen scheinen sich von der Erde zurückzuziehen, wir können sie auf das Schiff zurückbringen, wenn sie bereit sind Beben sie uns hoch und bereiten sie das Schiff für einen temporalen Übergang vor Ich habe schon Leute gesehen, die das auch so gemacht haben wie ich mit dem Lesen, aber das haben sie wesentlich besser gemacht Ich bin einfach nicht so mehr der Lautlesetyp Ich muss ehrlich sagen, ich lese immer nur schweigend, sagen wir es so Wie ich schon sagte, diese Information ist geheim Sie wissen, es könnte Auswirkungen auf zukünftige Ereignisse haben, es tut mir leid, aber das bleibt vorerst mein Geheimnis Wichtig ist, dass wir den Gesandten und seine Verbindungen aufhalten, nächstes Mal könnten wir weniger Glück haben Wir könnten nicht so glücklich sein, nächstes Mal So, wie soll ich das jetzt machen, ich weiß nicht, wie ihr redet So, ich habe eine einzige, eine gute Frage Missionen nennen könnte. Ich verstehe, dass Diplomatie als Aufgabe betrachtet werden kann, die eines Kriegers im Klingonischen Reich unwürdig ist. Aber ich glaube wirklich, dass sie die beste Person für diese Aufgabe sind. Ihr Hoher Rat hat zugestimmt, einen Repräsentanten für formelle diplomatische Gespräche nach der Ferra zu entsenden. Sie werden dieser Repräsentant sein. Wir waren seit der Zeit des Imperators Sonpek Freunde des Reichs. Wir haben seine Flotte mit Freuden begleitet, wenn Bedarf bestand und wir waren sehr zufrieden mit ihrer Loyalität uns gegenüber in all diesen Jahren. Begeben Sie sich zum DeFerra-System. Dort erhalten Sie weitere Instruktionen. Und danke. Das bedeutet uns mehr als Sie ahnen können. So, DeFerra-System. Da kann ich später hinwarten. Das ist gut. So. Das war jetzt schon wieder alles. Ich mache jetzt erstmal für heute Schluss. Oder, ja, für jetzt. Ich mache später natürlich nochmal weiter heute wahrscheinlich. Ob ich jetzt, äh, einen White Lens oder eher, äh, oder eher Star Trek Online heute weitermache, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich auch beides. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kommt drauf an, wie es mir heute geht und so. Deswegen, tut mir leid. Ähm, wünsche ich euch noch viel Spaß. Wenn es euch gefällt, wisst ihr, was zu tun ist. Ich bin mal weg für jetzt. Wünsche euch eine gute Nacht und noch viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao.